Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox, da wird er weitergeleitet zum Mobile und solange der Link aktiv ist, stets Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug und zwar eine Corvette C7, eine 6,2 Liter Cabrio in der Farbe Schwarz. Also das Auto ist aus Baujahr 2014, hat knappe 34.000 Kilometer gelaufen, 466 PS, 8 Zylinder Motor. Wie gesagt, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Auch von vorne sieht er wirklich sehr, sehr gut. Er hat auch die glänzenden originalen Corvette Eichenmetallfelgen, die sind wirklich in einem guten Zustand, diese 18 Zoller. Ja, jetzt gehen wir mal in das Innere des Fahrzeuges. Hier seht ihr wirklich den guten Zustand des Fahrzeuges. Ja, ihr habt ein schönes Multifunktions-Sportlenkrad, Ledersitze. Ja, auch hier nochmal dieses schöne Logo, was sehr, sehr schön bei dem Fahrzeug wirkt. Ja, Automatik natürlich, ja, Navigation hat da, Klimaautomatik, ja. Wie gesagt, ist ein Cabrio. Auch das Display ist wirklich sehr, sehr schön und auch wirklich alles noch im Zustand. Ist ein Nichtraucherfahrzeug, das kann ich dazu sagen. Ja, jetzt sind wir im hinteren Bereich das Fahrzeug angelangt und hier fallen natürlich, das rupft ins Auge, die vier Auspuffendrohre, die natürlich wirklich sehr brachial aussehen. Also das ist wirklich in einem super Top-Zustand. Ja, auch wie gesagt, der Allgemeinzustand des Fahrzeugs ist wirklich sehr, sehr schön. Ist halt ein Fahrzeug, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann und auch sollte, dafür ist es da, auch dafür ausreichend motorisiert. Optisch ist natürlich ein absolutes Highlight dieses Fahrzeug. Ja, und ist eine schöne Wertanlage auf alle Fälle. So, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren. Da ist unser Verkäufer-Team dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf herzionieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel. Habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye-bye.